Ich bin Batman. Okay. Ich bin Batman, nicht du. Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Hunger Games Special Aufnahme zu 80.000 Abonnenten, werde ich einfach mal so nennen. Und zwar haben wir letztes Mal 80 Minuten gemacht und diesmal, irgendwie wirst du geschlagen, Martin. Ich weiß nicht, irgendwie wirst du rot, wenn man dich schlägt. Ja, warum? Aber irgendwie, du nimmst keinen Schaden, oder? Nö. Ja, okay, gut. Also wir spielen auf mojangminecrafter.de, Martin ist auch dabei und wir haben gedacht, wir gehen in ein paar größere Arenen bei. Nur die starten da gerade alle, beziehungsweise sind in-game. Und da das letzte 80 Minuten Video ja sehr gut ankam, hatten wir gedacht, wir nehmen das nochmal auf. Und, äh, sehr blöd, und zwar kaufen mir Leute immer noch Capes, lasst es sein. Ich hab so scheiß Farben da jetzt hinten drauf, ich weiß gar nicht, wie ich das ändern kann. Aber ich will das nicht, dass ihr mir das kauft. So, äh, geh mal in Arena 1, du musst hochspringen, damit du dann da drin bist. Schaffst du es? Ja. Oh, ich seh dich. Hi. Machen wir Team. Nein. Nein? Okay, lass gegeneinander. Oh, ey. Kannst du nicht dingsen? H-G-Start. Ach ja, kann ich ja. Slash H-G-Start. Ich soll vergessen. Ja. Hat der Mojang uns ja gemacht, dass wir das machen können, weil wir dann besser aufnehmen können und nicht immer warten müssen. Und ich bin jetzt auch YouTuber. YOLO. Ich brauche Kisten, 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 Kisten. Wir sind nur elf Leute hier auf der Map, ne? Egal. Team Deathmatch. Yeah, ich hab ne Eisenschaufel. Sehr geil. Oh, egal, ich hab ne Schwert. Ich auch. Du, Aphelio Krieger hat mir das geklaut. Oh Mann. Der hat mir das Schwert hingeworfen? Ey, Mann, ich hasse das. Ich nehm mich um und die wissen trotzdem, wer ich bin und schenken mir Sachen. Ich will nicht, dass die mir Sachen schenken. Ich schaue. Ihr könnt mir halt so ruhig Sachen schenken. Halt die Schnauze. Das ist doch total essentiell. Das ist doch total gegen das Spielen. Oh, ich hab nen Diamanten und ne Diamantschaufel. Ich hab auch nen Diamanten. Was ist besser? Diamantschaufel oder Holzschwert? Oder Diamant. Ich hab auch nen Diamanten. Ey, lass mal zusammentun und dann ein Diamantschwert machen. So für mich. Nein. Nein. So für dich, ja, genauso wie letztes Mal. Und dann sind wir die letzten beiden. Und dann, zack, tötest du mich. Weil du nen Diamantschwert hast. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Natürlich. Alter, Alter, der hat ja viele Sachen, Mann. Der hat ja sogar nen Steinschwert. Ich betorst. Als ob. Ja. Och, Martin. Ich hab zwei Diamanten. Ich brauch nen Stock. Ich brauch nen Stock. Ich brauch nen Stock. Ich find keinen Stock. Oh, da unten punchen sich welche. Ich fix sie alle. Oha. Guck mal, Martin. Nee, möchte ich jetzt nicht. Ganz, ganz viele Sachen. Da liegt ne Diamantachs bei. Ich hätt gern die Diamantachs. Hallo. Da. Und ich hätt gern nen Stock. Da ist aber kein Stock bei. Das ist blöd. Hat er da nen Eisenschwert? Nee, nee, nee. Ich hab drei Diamanten, aber keinen Stock. Das ist blöd. Weißt du, ich hatte ja einen, ich hatte einen Diamanten und ja. Ich lauf jetzt mal einfach von dem Typen weg, damit er denkt, dass ich total schlecht ausgerüstet bin. In der Wirklichkeit möchte ich nur was essen. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ich nehm jetzt einfach die Diamantachs. Und hoffe, dass sie besser ist als das Holzschwert. Wird sich dann noch herausstellen. Äh, jetzt ist der Steinschwert. In die Stahls des Dings. Ach, ich hab ja auch einen Bogen für immer drauf. Die schreiben wieder alles so, Höh, ConCrafter Faker. Ist so. Vor allem, weil die mich eigentlich gar nicht unter ConCrafter sehen. Ich heiße nämlich gerade Sand Place. Aber nein, so werde ich mich das nächste Mal nicht nennen. Mann, bleib stehen. Oh, warte, liegt hier ein Stock bei? Au, ah. Der hat mich getötet. Ey, der hat mich auch getötet, das ist blöd. Mann. ConCrafter ist blöd, no homo. Ach, no homo. No homo ist ja Gegenteil und so. Hat ja Pong gesagt. So, warte, in welche Arena wollen wir gehen? Martin, wo bist du? Äh, ich bin bei den Schildern. Ich bin hinter dir. Oh, oh, Hallöchen. Crafter 9001. Lass, lass Arena 6 gehen. Das ist, oh nein, das ist so eine Wallmap. Bist du drin? Ich bin direkt neben dir, du Genie. Na ja, geh start. Lass mal ein Team machen, Alter, anders schaffen wir das hier nicht. Okay, okay. Laufst du in der Mitte und holst dir da die Sachen? Mach ich, mach ich. Dann darf ich außen rum ein bisschen und versuch irgendwas kriegen. Kann übrigens sein, dass ihr uns wieder gerade so ein bisschen doppelt gehört. Äh, so ein bisschen doppelt hört, weil Martin sitzt wie immer. Scheiß, wie immer. Sitzt neben mir. Okay, ich bin bei dir in der Nähe. Und because of that, it's fucking annoying that the sound is not... Hier sind, die ganzen Kirsten sind leer. Wann geht's denn los? Geht weg. Viel Spaß in Arena 6. Jan Pillemann Otze schreibt mir eine private Nachricht. Viel Spaß in Arena 6. Ja, toll, danke. Ja, das ist doch voll nett. Ja. Ach, ich kann ja beim Sneaken gar keine Kisten mehr. Ich hab ein Schwert für dich. Ah, du hast ein Schwert. Aber ich hab keine Rüstung, überhaupt keine Rüstung. Oh, ich hab Schuhe für dich. Oh, chillig. Ich mag es. Nikes? Nikes. Ja, Nike, ja. Oh, die zieht sich nicht an. Na, Spaß. Ah, Yolo. Ich greife alle an. Nein, wir müssen jetzt zurück auf unseren Berg. Alter, ist der Typ blöd in dieser Eisenrüstung. Oh, ich bin tot. Eisenschwert. Hab ihn gekillt. Yolo. Yolo. Oh, mein Gott, hier ist jemand Donald. Alter, machen wieder welche Team? Voll die Assi-Gind. Alter, der hat ein Eisenschwert. Oh, ich hab ihn gekillt. Alter, jetzt hab ich ein Eisenschwert, Mann. Yolo. Und noch ein gekillt. Oha. Ich lauf gerade einfach nur weg, weil ich ganz wenig Erzen hab. Ja, Trouble in Mineville ist das richtig geil, wenn man wegläuft, weil es gibt ja keine Hungeranzeige. Das heißt, es ist scheißegal. Das heißt, egal wie lange du vor allem weg sprintest. Wieso spielen wir das eigentlich nicht? Äh, weil, oh, ich bin tot. Weil du da kein VIP bist. Das ist das Blöde. Würde ich auch bevorzugen. Kannst du einfach mal nachfragen, weil du bist zweiter Count so von mir. Und ich hab ja VIP von so einer komischen Crafter Cat, heißt sie, glaube ich, bekommen. Vielleicht kriegst du dann ja auch. So, warte, in welcher Arena wollen wir gehen? Also, Crafter Cat, wenn du das hörst. Chuck Gesell. Was heißt denn mal Chuck Gesell? Chuck Gesell ist, äh, wo läufst du hin? Sehr gut. Ja, keine Ahnung, ich suche eine Arena. Ah, da, Arena 9. 9. Ich seh nicht so ein bisschen mehr drin. Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin drin. Ehrlich? What the fuck? Oh mein Gott, was ist das für eine Map? Ja. Alter. Ich glaub, man muss runterfallen, oder? Ja, man muss runterfallen, glaub ich. HG Start. Ich will nicht, dass hier so viele drin sind. Weil die Kisten sind leer. Ja, man muss, glaub ich, in die Löcher gehen. Okay, Martin, machen wir wieder Team? Ja. Bin runtergefallen. Alter. Bist du tot? Da hat einer in den Chat geschrieben, Martin, du geile Sau. Nee, ich fall hier die ganze Zeit runter. Kannst du mal auf mein Bildschirm gucken? Ja. Ist sehr geil gerade. Also ich stehe hier auf einem Block. Macht Spaß. So, zu fallen. Da kann man mal schön nachdenken über Leben und Tod hier bei Höhe minus 2000. Ich falle. Alle Jodo schreiben. Ich falle, egal, Jodo. Ich bin auf Höhe 10. Ich bin auf Höhe minus 3000. Einzamer Tod schreibt mir Wartel. Komm, wo bist du? Machst du Aufnahme? Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Alter. Okay, cool. War eine tolle Map auf jeden Fall. Hier ist Pederbär. Ähm, lass mal. Arena. Arena. Alter, die hat einen coolen Skin. Die Zitrone 15. Hier war ich meinen Namen nochmal weg. Slash U. Lass mal Arena, 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 Arena. Hahaha. Ich will unbedingt mal Arena 8. Ach nee, das ist Riot, Black Ops. Da, ich will Arena. Beast Map. By The Noddop. Ach, da waren wir gerade drin. Lass mal nochmal Arena 9. Ich möchte das jetzt nochmal probieren. Hä? Ich bin auf einen Block gespawnt und dann ganz weit weg. Alter, wie komisch das ist. Nein, das ist voll. Kannst du wieder kicken? Nee, kann ich nicht. Warte, dann mache ich eben HG Start. Und dann, das geht auch schnell. Warum warte der eben? Warte, HG Kick 9. Die kickt eine ganze Arena. 1, 0. Oh ja, Jan Pille, mein Opse. Ey, war hier on a grace period bei der Map, weißt du das? Ja. Wie lange war die ungefähr? 50 Sekunden. Okay, ich stelle mich einfach in die Mitte und schlage gleich. Nein, mein Schwert geht davon ja schon kaputt. Ich geh jetzt los, das ist nicht los. Hä? So einer ist runtergefallen. Ich dachte schon so, hä? BTS. Die Panchen sich da gleich alle tot. Und ich schlag dann einfach in die Mitte drauf. Warte doch einfach die ganze Zeit irgendwie. Mache ich auch. Weiß nicht, wann es losgeht. Grace period ist endet. Alter, alle fallen runter. Boah, Hammer. Krass. Tod. Witzige Map auf jeden Fall. So, warte, welche Arena wollen wir? Ähm. Ähm. Lass mal ein 10. 10. Ah, das ist cool. Die waren wir vorhin schon. Die war geil. Da haben wir aber nicht aufgenommen, als wir da vorhin waren. Hat sich ein bisschen so gehakt. Bist du drin, Martin? Nein, noch nicht. 10, wo ist 10? Ja, jetzt ist ja jetzt zu spät. Bist. Boah, Junge. Musst du schmärbeiern. Ja, warte, ich geh ans Risiko. Ähm. Con Crafter. Con Team. Con Team. Con Team wäre eigentlich eine voll geile. Con in Team. Also nicht Con in Team, sondern Con Team. Wäre ich eine geile Serie für irgendein Projekt. Irgendwie so, ja, Con spielt mit euch. Con Team, bla bla. Ich spawn direkt von der Kiste. Das ist schon mal cool. Zwei. Eins. Yay. Oh. Baby Barshala. Hier war doch auch eine Kiste. Hey. Wow, Eisenschwert. In einer Kiste. Das ist geil. Das ist richtig geil. Jetzt bin ich eh schon OP und schon schlagbar. Und so, hier ist nichts drin. Bin completely ausgeroastet. Ausgeroastet. Oh, alles leer. Geht's denn hier eigentlich lang? Irgendwie hab ich voll Bock auf Black Ops 2, wenn ich das so sehe. Spielst du eigentlich gerade auch oder guckst du mir einfach zu? Oh, Martin beantwortet. Frag. Martin hat auch einen Kanal. Den werd ich einfach mal unten in die Beschreibung packen. Junge Mann. Ich hab drei Videos. Dann können die alle abonnieren. Er hat drei Videos. Drei? Ich dachte, zwei. Ja. Ich hab eins hochgeladen. Was denn? Worum ging's da? Surprise. Surprise? Achso. War vom Konzert. Was? Vom Konzert. Achso, von Kraft Club. Nein, von den Orsens. Achso. Alter, von denen hab ich noch nie ein Lied. Sag mal ein paar Lieder von denen, die so berühmt sind. Fodka Apple Z. Was? Oder zum Beispiel... Alter, ist hier gerade ein Massaker. Guck dir's mal an. Alle auf einem Haufen. Junge. Ich fick alle. Da steht gerade Dragon Zocker. Äh, Ultimate Kill oder so. Also Martins Kanal heißt Panis. Der steht in der Beschreibung. Was? Dragon Zocker? Ja, Ultimate Kill. Oh Mann, das ist eigentlich schickig. Ich töte jetzt hier an Pillemann Otze. Wird vom Server geworfen. Du? Ja, irgendwie auf einmal stand da irgendwas mit Not-Responsing und so. Bad Long Intruder. Oh ja, dann musst du nochmal drauf knacken. Mann, ich will sein Oberteil, ey. Das sieht so geil aus. Wir stehen für eine Bindung unterbrochen. Anmeldung weggeschlagen. Bad Long Intruder. Mann, wieso greift der mich überhaupt an? Ich hab doch ein Eisenschwert. YOLO. YOLO. Greif ich dem einfach an. Scheiß drauf, YOLO. Ich kann mich nirgends vor einloggen. Egal. Mach mal neu. YOLO. Mann, bleib stehen. Alle laufen vor mir weg. Guck dir das mal an. Ja, die haben Angst vor dir. Ist so. Chabos, wissen wir, wer der Babbo ist. Dodo. Jetzt kann ich mich schon wieder... Ach. Lashbob. Oh. Martin hat zwei Videos, die er über Minecraft gemacht hat. Und die sind beide schlecht gerendert. Aber sie sind gut. Hallo, hat die Fresse. Die sind voll krass geil. Ja, das warst du gezeigt. Das ist geil. Aber wie du es nachher bearbeitet hast, das ist scheiße. Mann, Mann. Ich kann sowas nicht. Das mit dem Schalter wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ich versuche... Ich wollte ja die ganze Zeit einen Massaker machen. Habe ich einmal hingekriegt und dann... Und weil das Kind ist da. Yay. Yay. Hast du noch nicht gern. Alter, guck dir das doch mal an. Die laufen alle von mir weg. Das ist blöd. Jan Pellemann Otze auch. Ich dachte, der mag mich. Egal, dann esse ich erst mal was. Ja, Mann. Ja, Mann. Rap-Kulturen aus der Umgebung. Was? Die Rap-Kulturen aus unserer Umgebung nimmt Einfluss auf die Videoproduktion. Ja, Mann. Ne, Snipe. Stell dich deiner Niederlage. Und wenn ihr jetzt alle bei Skype, ach bei Skype, bei YouTubes Snipe eingibt, dann werdet ihr kein Video von dem finden, weil er alle gelöscht hat. Traurigerweise. Das war so eine Bereicherung für unsere deutsche Kultur. Das hat einfach, einfach alles wieder gespiegelt, ne? Einfach nur Julien. Der Junge, der hat solche, der Text geschrieben, die haben unsere Stadt komplett wieder gespiegelt. Ich lebe im Ghetto auf der Straße. Wo du dich mit Dob zuschießt. Ne, Snipe. Ja, Mann. Ne, Hauptsache die Bitches mögen das. Ne, Snipe. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, okay, das war schon so. Ja, Mann. Nein, das war so. Ja, Mann. Oh, da hat einer mit einem Pfeil geschossen und der Pfeil kam von da oben. Ich weiß zwar nicht, wie der da oben hingekommen ist. Martin, komm mal in zwei. Martin, die lieben dich. Ich weiß, ich bin... So, ich werde mich erstmal kurz schnell ausrüsten. So, dann kurz was mampfen. Pfeil habe ich gar nicht mehr. Alter, wo sind die denn? So, laufen die dann irgendwann weg. Voll unverständlich. Hallo. Entschuldigung. In welcher Arena ist con? In deiner. Das ist die eine, die eine. Da, 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 da ist einer. Da, 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 da. Einsamer Tod. Der Owner himself. Spielt der auch auf dem Server? Ja, der spielt auch grad die Runde hier mit. Ja, ich hab gewonnen. Chillig. Conqueror LP ist geil. Aber ich bin geiler. Ähm, lass mal auf die Map die letzte gehen. Arena 10, okay? Ach, das ist ja die nochmal. Na egal, geh einfach drauf, dann kannst du dich mal vielleicht da mitspielen. Ja, ich beeile mich. Ja, Martin, nur noch 10, 11. Ich hätte mir währenddessen ganz... Oh, gepupst. Ja, ganz unaufhängig. Oh, hier ist ne Kiste. Bist du drauf? Slash, AG, Start, ne? Mhm. 14 von 24 reicht doch, oder? 15. Ja, komm schon. Reicht. Boah, ich bin VIP, ey. Bitte mal alle, wenn ihr jetzt noch zuschaut, YOLO in die Kommentare schreiben, bitte. Werden die... Also die, die bei YouTube jetzt hier gerade das Video schauen. Die Kiste ist leer. Ah. Hahaha. Ich liebe meine Maus. Mittlerweile hab ich so richtig so die Entfernung raus, wie weit ich drücken muss, damit ich so und so, dies, das, YOLO. Oh, Kiste. Oh, ich denk schon wieder, dass es Trouble in Mindville. Weil wenn man Trouble in Mindville hat, dann muss man in der Kiste einfach nur draufklicken, dann hat man die Sachen. Und wenn man einen Pfeil schießt und dann die Kiste öffnet, dann kriegt man noch mehr Pfeile. Ja, äh, und? Ja, äh... Das meint der Bombeer. Bin ich hierhergekommen? Bin du. Ja, 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 ja. Martin, wollen wir mal über unsere Mathe-Klausur reden? Nein. Nein. Wieso? Also, ich find, eigentlich müssen wir uns dafür ja nicht schämen, denn der komplett ist gut. Boah, ich find, wieso sterb ich immer direkt? Näm mich jetzt um, ey. Huch, der Controller ist wieder gefangen. Was war das? Nee. Ich habe vier Pfeile, die muss ich mir sparsam aufspannen. Und da sterb ich erstmal so. Welche Arena gehst du? Ich werde mich jetzt wieder umbenennen. In... Bist du. Wer bist du? Ich heiße jetzt Zandpolacke. Bist du. Oben bei den Schildern, erste Etage. Lass Arena 9. Ich habe voll Bock auf nochmal diese Peace Map, okay? Äh, ja. Wo ist der? Hier, ey, da bist du ja, Zandpolacke. Kein Plan. Ey, Martin, der hat so den gleichen Pulli an, wie du jetzt gerade anhast. Guck mal. Ey, bei mir hat er keinen Skin. Bei mir hat er auch fast keinen Skin. Oh, guck mal, das ist Patrick. Der hat nur einen Zahn. Der hat nur einen Zahn. Der hat nur einen Zahn. Nein. Der hat keine Hose. Der hat keine Hose. In zehn Sekunden geht's los. Ja, das halte ich. Martin hat hier die Macht. Die Macht möge mit dir sein. Wow, ich habe drei Äpfel. Unglaublich große Ausbeute. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, fuck. Egal, ich esse mal einen Apfel. Ich stale gleich irgendwen, ey. Falling again. Oh, oh, hier hat alle ein Schwert. Okay, doch nicht. Ich bin wieder im Niemandsland. Oh, wieso haben wir hier alle Schwerter? Concrafter, High Five. Ich habe gewonnen. Ja, würde ich ja gerne, aber ich bin gerade irgendwo am Arsch der Welt bei minus 2200. 2300, 2400, 2500. Con, wollen wir den Server machen? Nö. Mensch, wer schreibt mich denn jetzt hier schon wieder bei Skäpern? Oh Gott. Oh, ich bin tot. Ich lebe wieder. Hey. Bist du tot, Martin? Ja. Wo ist der Sandpolak? Alter, das läuft echt Sandpolak. Ich weiß nicht. Nein, ich habe nichts gegen Polen, aber ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gerade gekommen bin. Las Arena... Met. Am liebsten würde ich Arena 3, aber die startet ja gerade. Oh, geh schnell Arena 3, geh schnell Arena 3. Oh, ist zu spät, glaube ich. Ja, jetzt geht es schon los. Aber egal, ich werde wieder Massaker machen. Ich mache Massaker, ey, dann kann nichts passieren. Dann geht ganz schnell. Ich laufe ganz schnell einfach Leute hinterher und will umbringen. Die werden... Ja, den... Den... Ich dachte schon... Ich dachte schon, ich dachte schon, dass ich Conqueror... Wegen T und R und so. Hey, da ist einsamer Tod. Man kann sich nicht nach Leuten benennen, die auch auf dem Server sind. I don't think so that that geht. Doch, ich habe es gerade gemacht. Einsamer Tod bist du gerade mit drauf. Kill ihn. Ich will nur diesen Swister töten. Der Skin ist einfach komplett schwarz. Einsamer Tod, schreibt Hanno Martin. Jetzt hat er realisiert, dass ich neben ihm stehe. Ja, ich habe ihn gekillt. Oh mein Gott, ist der blöd, der hat sogar Schuhe an. Oh nein. Das war ein episches Battle. So ein episches Battle hatte ich noch nie gehabt. Ich stehe vorhin und wir schlagen einfach beide auf uns ein. Mit der bloßen Hand, die einfach nur ein Holzschwerd in der Hand trug. Ich bin fast tot. Ich muss was essen. Ich habe was zu essen. Hey. Martin, ich mache jetzt Massaker. Dann können wir wieder zusammen spielen. Massaker. Hey. Übrigens, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mir Hunger Games lange folgen wollt. Und dann halt mal so einfach so. Das muss ja nicht mit Martin sein. Kann ich auch mal einfach so aufnehmen. Ja, du hast ja jetzt nicht unbedingt immer Zeit, wenn ich dann so spontan aufnehmen will. Meine Schätze. Ähm, oder ob ihre... Oh, Unterwasser ist bei mir sehr komisch hell. Naja. Oder ob ihr kurze Folgen wollt. Oder halt so ganz lange. Müscht ihr einfach sagen. Also ganz lange ist bei mir eine Stunde oder mehr. Kiste. Oh geil, ist sogar noch voll. Da sind wir dabei. Das ist wie wahr. Ich höre mich jetzt. Wie? Wie war gut? Ah. Da oben war ich mit denen, aber der, äh, private Veropeningung von der Mad. Da oben, uah, da oben irgendwo. Da oben. Jolo. Na egal, Jolo. Wir nehmen das gerade auf, als, äh, Dortmund 5-0 gegen Werder Bremen gewonnen. Warte, das geil ist, Luca. Wer hat geschrieben? Du bist cool. Du bist dumm. Dein ist schwarz. Oh, da ist eine Kiste, sehe ich gerade. In dem Moment bekomme ich eine Nachricht. Feed the Beast Server von Niklas Kaster. Hallo Luca, wie viel Gigabyte hat dein Server? Weil FTP braucht sehr viel. Wenn ihr das seht, der hat 4 Gigabyte. Oha. Das geht eigentlich sogar noch. Voll und 4 Gigabyte Karma, äh, Gigabyte, äh, 4 Gigabyte RAM und 2 Gigabyte Swag. Und noch eine Snapback. Conqueror LPS ist eh sowieso cooler als Con. Gehört zwar beides mir, aber okay. Ich kriege irgendwie gar keinen Fallschaden. Aua. Man, hier müssen doch wirklich ein Poggekner sein. Was ist denn das? Naja. Kann ich hier nicht irgendwo hoch? Es ging doch mal. Alter, da oben ist auch so eine krasse, fette Brücke. Wer will ein Foto mit mir? Oh mein Gott. Soll ich mal schreiben? Der, der als erstes, äh, ich bin dumm schreibt, kriegt ein iPhone. Martin, in welcher Arena bist du? In gar keiner. In gar keiner? Wartest du einfach? Ja, ja, ich laufe ein bisschen rum. Natürlich. Natürlich. Was ist das hier? Jump and Run Adventure. Aha. Aha. Schreiende Begeisterung aus Martins Mund. Aha. Hallo, Gegner. Slash List. Inactive. Alive. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mich soll doch nur irgendjemand umbringen. Ich will den nämlich nicht einfach so lieben, weil lieben ist gay. Würden die ja denken so, äh, Rage Quit. Oh, meine Presse. Ich hasse Jump and Run. Ich hasse dich. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Bei deiner Fettleibigkeit. Das ist doch kein Wunder. Ja, ich weiß. Wieso kann ich hier auch nicht durch Türen durch? Ach ja, hier war ich ja schon mal. Da wollte mich so ein Typ dann einsperren. Dann hab ich ihn einfach gefickt. Ah. Right now, Babylon, Depp on... Oh, das... Hier steht... YouTube-Rank, ab Pausen, Abonnent oder mit miesen Connections. Wo steht das? Genau, warte, hier steht... SurprimeFX, IDW360, Nodop, Cardinal Media, Ascaltas, Blackscraft, Concrafter, Nookplays, BlacksplayTV, Rhyol, PodcraftTV, Braillecraft, Mojang, Minecrafter. Ich bin da nicht. Ah doch, hier geht's noch weiter. Mein, Michael P., Shadow Worldstar und Mr. Minecrafter. Wenn ihr das sehen solltet, sorgt dafür, dass Martin auch da steht. Schreibt alle in die Kommentare YOLO. Dadurch wird Martin an die Tafel geschrieben. Ja, an die Tafel. Und dann wirst du zur Mittagstafel gegessen. Mann, hier gibt's keine Gegner, sonst lief ich jetzt einfach. Ich achte jetzt einfach auf die Blitze, wo die Leute sind. So, einfach auf eine höher gelegene Position. Nach oben schauen und wenn jetzt irgendwo ein Blitz kommt, dann... Ah, da sind welche. Mann, die machen Team. Doof, mein Name. Oh, nee. Wir wollten ja eigentlich mal auf so einen Massenhanger-Games-Server oder Survival-Games. Keine Ahnung, ist auch scheißegal, wie man das dann nennt. Jedenfalls sind da halt so 10 Milliarden Leute dann drauf. Und, ähm, da wollte ich eigentlich hin. Ah, allerdings war dort nichts frei. Ah, nee. Guck mal, die tun so, als ob die sich schlagen. Machen sie aber nicht. Und jetzt gehen die auf mich drauf. Das ist hier gerade im Schwimmbad. Haha, da ist noch einer. Der kommt so von hinten an gedackelt. Oh, ich hab ihn gekillt. Ich mach jetzt einen Auerbacher mit dreifacher YOLO-Schraube. Mit dreifacher was? YOLO-Schraube? Ja. Okay, den hab ich auch noch gekillt. YOLO. Ganz viele Sachen. YOLO. Ah, ich bin in der PVP. So, mehr hab ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das gegen die beiden schaffe. Ich dachte, die wären besser ausgerüstet. Da ist einer. Nein, ich hab fast getroffen. YOLO. Guck mal. Ey, dieser Doof, Mann. Wer? Was ist denn los? Was ist denn das für eine Dusche? Haha, Idiot. Ich treff den aus dem Wasser und er mich nicht. Okay, das heißt, wir werden nun wieder einen doofen Kampf machen hier. Wieder somit hinterherlaufen und so. Oh, ohne Kiste. Na, nix drin. Okay, den hab ich auch noch gekillt. Ey, irgendwie werd ich immer besser in Hunger Games. Ich würd voll gut in dieser PVP-Arela, ey. Ich würd's mittlerweile sogar gegen The Nordop schaffen. Mit Glück. Nee, ich glaub net, ich glaub net. Gehnt's den überhaupt? Nö. Nö, ja, ja. Egal. Äh, ja, 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 der ist doch besser. So, was hab ich hier sonst noch? Ich hab aber okay, ein vernünftiges Schwert. Also ich hab ja, äh... Nur noch zwei Leute. Und ich hab grad alle mit dem Holzschwert gefistet. Das beunruhigt mich ein wenig. Ich hab grad sechs Diamantschwerter. Mhm. Chillig. Ich habe... Einen Stock hab ich nicht, aber ich hab ja einen Diamanten. Ah, ich bin schon wieder aus der Welt gefahren. Ah, da hinten ist einer. Da werd ich jetzt einfach mal hinlaufen. Freunde. Soho, YOLO. So, wo könnte denn hier ein Typ sein? Okay, Freunde. Wir spielen ein Spiel. Wo ist der Typ? Den, 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 den. Klick, klick. Was? Da. Haha, der kann nicht mit Pfeil und... Doch kann er doch. Fuck. Nein, verkackt. Mist. Hä? Ich bin jetzt auch... Doch, ich hab gewonnen. Con Crafter won die Survival Games on Arena 3. Ja, cool. Doch, gewonnen. Chillig. Ich hab die letzten drei Wunden oder so gewonnen. Wo bist du dauer? Ja. Wo bist du? Äh, ich komm jetzt hoch. Äh, oh mein Gott. Ja, ich steh dich. Wo bist du? Wie war Kolonien? Wie war Kolonien? Ich glaub, ich nenn mich Lukas Podolskis Freundin. Soll ich mal? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich versteck mich. Ich nenn mich Lukas Podolski. Aber das ist zu lang. Nenn ich einfach Podolski. Ich heiße Podolski Freundin. Ich heiße Lukas Podolski. Hallo, ich heiße Lukas Podolski. Ey, das ist meine Freundin. Ey, das ist Lukas. Ey, lass mal gegen den Dings jetzt gehen. Warte, lass auf Arena 3. Ich seh nix. Arena 3. Beeil dich, Martin. Bin drin. War gestalt. Ey, da hast du meine Freundin. Da hast du meine Freundin, ey. Hab ich überhaupt einen Skin? Das wär's, wenn es so wirklich Lukas Podolski Freundin gäbe. Oh, es geht schon los. Ja. YOLO. Ich hab ein Schwert. Wir machen kein Team, Martin. Nee, nee. Hallo, ich bin dein Freund. Ich bin dein Freundin. Martin, fistest du mich dann? Also, in-game. Nein. Nein. Ist aber sehr bedauerlich. Nee, ich glaub, ich lauf weiter in diesen komischen Gang da hinten rein. Ah, da oben ist, glaub ich, auch so eine Kiste drin. Na, kein Plan, wie ich da hochkomme. YOLO. Ah, da läuft auch so einer hin. Geh weg. Geh weg. Gut, noch ein Schwert und noch so ein Brustpanzerteil. Hallo. Hier ist irgendwie sehr dunkel. Grace Period has ended. Dann lauf ich jetzt zurück und versuch den. Der ist schon weg. Nee, da ist noch einer. Da ist Lukas Podolski. Schwert hat dich stört, dann. Martin, lauf. Ich würd dir wirklich empfehlen zu laufen. Oh mein Gott, bist du schlecht. Ach, hi. Na? Ey, du Pussy. Komm, ich schmeiß eine Kartoffel nach dir. Geh weg von mir. YOLO. Du übersiehst erst mal eine Kiste. Egal. YOLO. Lass mich einfach in Ruhe. Alter, da war sogar Schwert und Brustpanzer drin. Boah. Wo bist du? Martin? Ich sag nichts mehr. Ich versteck mich jetzt. Ich find dich eh. Nein. Dann springt er runter und ist tot. Ich hätte dir auch einfach sagen können, Luca machen wir Team. Und dann hätte ich dir ein Schwert gegeben. Oder warte, da ist ein Typ, den versuch ich jetzt eben umzubringen. Oh, er hat eine Diamantschaufel. Oh nein, ich glaub, die ist besser als meins. Ja, die ist besser. Martin, auf welchen Server gehen wir? Äh, Lukas Podolski. Warte. Hey, Lukas Podolski. Hey, wo ist meine Freundin? Deine Freundin ist bei Gisheel da. Komm mal bei dir, Mama. Da. Hey, guck mal. Hey, Arena 9. Arena 9. Lass mal HG Start machen. Bist du drin? Ja. Okay, jetzt geht's los. Guck mal, ob ich nicht allzu viele. Scheiße. Fuck, Alter. Ich hab fast gar nichts. Oh, oh. Was ist los? Ich bin mit so einem Wookie auf einer Kiste. Hi, Wookie. Na, es geht. Alter, da ist einer mit einem Eisenschwert. Haha, der ist schon runtergefallen. Wer? Ja, ich. Ich brauch irgendwie ein Kissen oder so. Ich will den runterschubsen. Ich klicke jetzt einfach die ganze Zeit. Nein, ich bin runtergefallen. Fuck. Er ist Hühnchen. So. Martin, welcher Arena? Äh, ich bin nicht schmack. Wieder 9. 9? Ja. Nee, already started. Ja, es ist aber nur noch zwei Leute drin. Das dauert nie lang. Die Map. Will mir ab. Sag hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Nee, lass nochmal auf die... Lass in Arena 10. 10? Bist du drin? Ja. Oh, es ist... Oh, Nacht. Game already starting. Mami, ich bin auf YouTube. Scheiß auf Captain Sparkle. Da ist einer Captain Bauklotz. Bauklotz. Wo sind die Kisten? Ah, da ist eine Kiste. Wenn da nichts Geiles drin ist, doch. Nimmt Con auf. Wie sie alle einfach dich auch kennen mittlerweile. Ja, ich bin lieb. Con Crafter. Oh, Martin! Oh mein Gott! Con! Conny! Wieso fängt das nicht an? Luca! Kann ich nicht? Con Crafter! Mach schon mit Dodoku. Luca! Äh, nein. Ich bin Batman. Nein. Äh, doch. Alter, alle Kisten sind schon wieder leer. Willst du ein Schwertrack mir haben? Ja. Krieg's nicht. Krieg's nicht. Ich hab nix. Ah, hier, ey. Fräulein, hier. Saskia schreibt mir. 10. Was geht? Bei Perle. Alles, was, alles, was? Bei Perle. Perle, weil du hier bist, oder wie? Was? Nix. Yolo. Was geht? Alles, was, was Stühle hat. Außer, äh, alles, was Beine hat. Alles, was Stühle hat. Oh nein, hier sind Zombies. Wegen Nighttime. Just shine in the nighttime. Da ist einer Martin, Beuert. Ich hab ihn gekillt. Nein, hier hat mich einer runtergesch... Ah, fuck. Ja, ich hab einen getötet. Verdammt. Ja, ich hab auch einen gekillt. Dann hab ich... Schreib alles fresh in der Hood. Ich muss sagen, dieser Blitz geht einem voll auf den Sack. Ja. Ah, du bist schon tot. Ja, ich bin tot. Ich steh grad vor Adrian. Ich lebe noch. Das ist ein Mod. Come at me, Bro. Sind schon bei 40 Minuten. Wenn ihr immer noch dabei seid, dann schreibt einfach... Swag in die Kommentare. Alter. Das werden nachher wieder so 5000 Kommentare sein. Nee, schreib mal einfach nur, Martin ist super cool. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe sie. Kennst du das von Spotspot? Bisschen Hühnchen, Roastbeef, ne Pizza. Nein, nicht das. Patrick, was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Bisschen Hühnchen, Roastbeef, ne Pizza. Nein, Patrick, zum Frühstück. Bisschen Hühnchen, Roastbeef, ne Pizza. So, ich bin noch am Leben. Schreib läuft. Schreib mit. Mit Peak. So, in der Zwischenzeit, wo Martin ja noch so geil da am Abräumen ist, habe ich mir gedacht, dass ich einfach in Arena 6 gehe. Das ist so eine scheiße Wallmap. Ich starte die jetzt einfach mal. Ich bin der Einzige hier drin. Oh ne, zwei, ja komm, drei Spieler, das reicht. Da gehst du. Geil. Drei Leute. Ne, vier. Fünf. Nein, ich bin aus Versehen in den Dings gegangen. Ins Menü. Da fragt mich jemand, seit wann ich YouTube mache. Ich mach kein YouTube. Wirst du, was denkt ihr eigentlich von Martin? Als ob er so runtergekommen ist. Wirst du, ich schwöre. Also ich fand jemand geht richtig, ja, mit harter Arbeit. Martin ist zwar, ja, in einer gewissen Weise ist das auch harte Arbeit, also kognitive Arbeit. Ah, I know. Ich arbeite nicht mal. Du hast doch mal gearbeitet. Ja. In der Sommerferien. Nein, hat einer ein Eisenschwert. Das machst du gut wie jeder. Ja, ich mach in Sommerferien auch mal eigentlich Praktika. Nur dieses Jahr fahre ich nach London. Oh ne, das ist, na doch, das ist Sommer. Grace Period ended. Wo ist der, hallo? Ich bin tot. Ich bin fast gestorben, ey. Ich bin gestorben. Gonkronter died. Ich will nochmal auf diese komische Map. Weil die ist ingame. Ich schreib Nordop jetzt einfach mal bei Skype, dass seine Map sehr, sehr witzig ist. Ah, ich bin tot. Scheiße. Mann, oh. So, wo hab ich den denn, 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 wo hab ich den da. Ich hol mal ein Kissen, ey. So, deine Map bei MCMJK, blablabla, ist sehr geil. Und jetzt schreiben wir wieder 10 Milliarden Leute. Was wollt ihr, Mensch? Oh, die Elf. Was? YOLO. Noddop meint, die ist sehr schwer zu bauen gewesen. Was war schwer zu bauen? Die Map. Welche Map? Seine. Von wem? Die von Noddop. Dieses komische da mit diesen paar Bedrock-Blöcken. Achso. Ja, glaub ich auch. Hä, warte, jetzt sendet mich einer ein Video. Was? Das öffnet sich automatisch, warte. Was ist das? Stimme Geborgen oder so. Zombie Apocalypse. Von Hypixel. Da schreibt jemand, wir sollen in 3 kommen. PLS-Boot-Strich. Ich geh in 3. Oh. Ungespielt frag mich, was ich gerade mache. Ja, ich bin gerade am Aufnehmen. Hallo Ungespielt, wenn du da siehst. Bist gerade live drin. Chatte mit dir und rede dabei. Es ist gerade so Aufnehm-Seption. Hey, was denn? Weil ich mit Ungespielt schreibe und er will mit mir aufnehmen und ich nehme aber gerade auf. Und du grüßt ihn, obwohl das Video noch gar nicht online ist. Oha. Oha. Wieso habe ich... Ich habe 64 goldene Äpfel. Ach ja, keine Ahnung. Ich habe auch ein Diaschwert. Ja. Warte. Arena 1 ist... So, ich bin drin. Lass mal gleich in den nächsten Raum ein Team machen. Ja. Game already starting. Ja, versuch mal Arena 1 zu kommen. Bist du tot? Ich bin schon Arena 3. Oh, Faceball. Warum ist der Tür nicht auf? Warum ist den Tür nicht auf? Ich sehe nur die ganze Zeit, wie mein Handy aufleuchtet. Ich habe einen Goldhelm und eine Lederhose, ein Goldschwert und ein Lederschwert. Oh, es geht los, es geht los, es geht los. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Yay. Da oben weiß ich, dass du auch... Oh, hier ist auch eine Kiste. Ah, ist hier denn nichts? Martin, ich habe Kartoffeln für dich, wenn du welche willst. Was? Ach, wir sind ja gar nicht auf einer. Ja, okay, die Kartoffeln werden eh vergiftet, von daher. Ich bin doch gar nicht bei dir irgendwo drin. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Bitch. Oh, Luca, Mensch. Bitch, please. Bitch, please. Please treat me like a victim. Blablabla. Blablabla. Sterne. Bleib stehen. Ich möchte dich töten. Liebe Grüße aus Österreich schreibt, Sepp... Danke, liebe Grüße zurück. Österreich ist ein sehr schönes Land. Martin, Luca, auch an dich? Ja, Mensch, du. Das sage ich auch mal. Ich würde gerne Grüße zurückschreiben. Aber? Mal jetzt auch. Ja, da war gerade ein Typ vor mir. Ich dachte, wenn ich in die Grace Period vorbeisteckte, mich bestimmt gibt es auf dem Popo. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Konkrafter. Du bist echt gut. Ich weiß. Also, ich bin auf jeden Fall gut geworden. Mittlerweile, ich bin zwar nicht so geil, aber es gibt... Da ist einsamer Tod online, der darf mich nicht töten. Bitte nervt. Und der einsamer Tod finde ich cool, der respektiert, dass ich eine Aufnahme mache. Also, ihr sollt mich schon normal behandeln, als wenn ich hier irgendwie so ein normaler Spieler wäre und sollt mich auch töten. Aber bei ihm ist das natürlich... Also, er kennt die ganzen Maps, er weiß, wo welche Sachen sind. Deswegen ist es gut, dass er mich tötet. Minecraft ist allgemein ein sehr sympathischer Typ und kann ich halt nur empfehlen. So, dich töte ich jetzt auch noch. Mich? Nee, World War Walter. World War Walter. Mein Gott, was ein Name. Ah, Mist. Ich brauche Level. Lasst mal die YouTuber in Ruhe. Ist dicker. Ja, aber das könnte man auch nicht in die Caps Lock schreiben können. Ja, aber es ist eigentlich so, das nervt schon. So, ich schmeiße jetzt eben die Rüstungsteile hin. Ist Goldschwert oder Holzschwert besser? Was? Goldschwert oder Holzschwert besser? Keine Ahnung. Nehme ich auch nicht, das ist ja die Sache. Meine Fans haben mir irgendwas reingeschrieben, habe ich mir aber keine Ahnung. Ja, ich habe es mir zwar angeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Ich nehme einfach das Goldschwert, weil es Geld ist. Ich nehme auch, es ist Gold. Hallo? Geld. Gold, Geld. Nein, ich bin tot. Nein. Mein Leben has no sense anymore. Okay. Welche Map bist du? Äh, ich bin drei, aber hier ist schon längst. Sterb doch! Geht doch. Sterb, es heißt stirb, aber egal. Okay, du bist drei. Da ist Gangnam Plays drin. Komm, du bist der Best. Danke. Ah, da, 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 fünf. Ja, komm, warten wir mal einfach, damit hier noch ein paar Leute mitspielen können. Sterb! Ach, ich bin tot. Ich versuche jetzt jede Hangang Games Aufnahmen immer mehr Minuten zu machen. Das heißt, heute 81 Minuten, statt letztes Mal 80. Letztes Mal waren, glaube ich, so 79. Ey, ich hätte jemand dein skinnen nur mit einem hässlicheren Anzug. Oh. Oh. Ich hasse die Leute, die so blöd meinen Skin faken. Ich werde das bald auch so machen, dass ich meinen Skin wahrscheinlich zum Download-File geben werde. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Das denke ich wahrscheinlich schon. Aber wie ich das machen soll, also ob ich immer den Villager-Skin nehme, aber dann mit einem anderen Anzug oder wo ich eigentlich für wäre, den Anzug, den ich habe, aber mit einem Creeper-Skin, mit Villager-Skin, mit so den ganzen Sachen. Das finde ich geil. Und wenn ihr wollt, dass ich meinen Skin rein stelle, ne? Sagt ruhig, du schnackst. Warte, das will keiner. Das ist anscheinend ein Astronaut-Skin, den du von Skindex hast. Also nicht Skrillex, sondern Skindex. Von Skrillex. Ja. Skrillex sagte so, komm, ich mache den Skin, bock, bock. Dann sage ich dir, ja, okay, mach mal. Kai-Mein-Time-Hai. 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 Ja, das ist der mit deinem, auch Villager, aber mit so einem komischen, äh, äh, Dix-Bump. Von welcher Arena, k.a. Ich mache einen Screenshot. Oh, 10 Sekunden, 10 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, und es geht los. Ich warte jetzt auf dich, damit wir auch gleich mal wieder in einen Raum zusammenreiten können. Oh, das ist aber lieb von dir. Ich hole jetzt einfach nur ein Steak, dann kann ich Leute steaken. Na toll, ich habe einen Bogen, aber keine Feine. Ich hasse diese Map, es ist einfach vom Zufall abgesehen. Es hat nichts mit Skills zu tun hier. Aber vom Zufall abgesehen, ob du es schaffst, Leute, ähm, Con lacht sich bestimmt einen ab. Haha, mach ich sogar. Nein, tut er eigentlich nicht. I get'n. I get'nlich. Komm, ey. Der hat einen Affen. Oh mein, oh mein Gott, wie niedlich. Der hat einen Affen. Der hat einen Affen. Nein, der hat einen Schwert. Ich will weg von hier. Der hat einen Schwert. Weg. Hilfe. Oh, es hat schon aufgehört, diese komische Friedensphase. Weg da. Oh, ich bin tot. Captain Blauklaut. Blauklaut. Blauklaut bei Blauklaut und Brautkleid bei Brautkleid. Like, wenn ihr es auch so findet. Hey, Poborski, Freunde, den kumpst du jetzt mal. Ah, da bist du. Ey, meine Freunde, ne. Halt bald die. Wieso hast du einen Diamantschwert? Lass uns Arena zählen gehen. Die fand ich bisher immer noch am geilsten. Wissen das. Ah, nein. Nein. Ja, lass die machen. Oh, geht's schon los? Ich hatte vorhin Eisenschwert, die hatten alle Respekt vor mir. Ich war gerade einer der Letzten, die hier war. Mein Glas viel zu voll. Ich will auch was trinken. Ich bin unten die Macht. Der steht hier. Ja, aber ich komm da nicht dran. Warte, ich bring's dir. Ich warte. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt hört ihr mich aus der anderen Ecke wieder. Okay. Ah, lecker. Er ist nicht mehr on loan. Okay, also ich bin nicht mehr on loan. Luetim. Hä? Ey, ich mach jetzt. Wie falsch rum. AG start. Game already starting. Karakenfisch. Und please screenshot. Hä? So. Da entschuldigt sich wirklich einer dafür, dass er mich gekillt hat. Ich meine, das macht ja nichts, wenn er es nicht direkt am Anfang der Runde tut und so ganz auffällig, dass er mir hinterherläuft. Aber es hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Nur bei Trouble in Mindville ist es immer noch sehr, sehr schlimm. Ja, Martin? Falk 1911, du musst mit dem Team machen, er ist dein größter Fan. Ja, das schreiben mir so viele. Nee, er ist es wirklich. Wirklich. Er ist es wirklich. Ich hab gestern bei Google geguckt, größter Fan in Concofter, da stand Falk 1911. Wirklich. Geil, erste Kiste, sofort Schwert und Hose. Hey, wie kommt man hier denn hoch? Wie kommt man hier gar nicht hoch? Oh, da ist eine Kiste. Martin, machen wir Team, wo bist du? Weiß ich nicht. Gut. Ganz Kisten sind schwer, ey. Wenn man nicht weiß, wo man ist, ich würde sagen, wir machen doch kein Team. Ich weiß auch nicht, wo die Kisten sind. Ja, ich kann dir trotzdem eine Hose einfach geben. Einfach aus Loyalität. Aus Gemeinschaftsdenken, weil wir dann länger aufnehmen können. Ich will immer mit Rechtsklick zoomen, weil ich das von DayZ so gewöhnt bin. Nee, da heißt Daisy. So heißt Daisy. Ich heiß JayZ. Ah, da ist einer runtergefallen. Ja, sehr klug am Rand von der Map zu laufen. Ich spoilt. Tot. Oha, Kyle Mindtime Multikill. Was ist da los? Kyle Mindtime? Ist das der, dem du gerade heilgeschrieben hast? Aber ich finde das ja echt schon krass, dass die Maps immer so 1 zu 1 detailgetreu hier nachgemacht werden können. Von den Leuten ist es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Oh mein Gott, ich habe gerade einen getötet. Mit meinen bloßen Fäusten. Scheiße, das Eisenschwert ist. Ich bin tot. Aber wir warten jetzt einfach wieder auf Martin. Du bist schon wieder tot. Ja. Ah, Luca, Luca, Luca. With Bow. Es gibt auch With Blows Hand. Nee, Blows Hand ist irgendwie komisch. Ah, da, Arena 9. Da kann ich nochmal drauf. Sollen wir jetzt einfach HG Start. So. Schon schön, diese Funktion. Oh, jetzt sind hier wieder 10 Milliarden drauf. Oh mein, der Eisenschwert. Nee, ich bin doch Lukas Podolsky. Martin, komm schnell in Arena 9. Ah, nee, ist vorbei. Aufnahme in 7. Da gehe ich jetzt mal rein. Nein, es hakt, es hakt, es hakt. Okay, gibt es Sachen. Was haben die gesagt? Aufnahme in 7? Ja. Bild vorbei. So, geht er gleich los. Niklas, Kraft 99. Boah, was ist das für eine Map? Welche? 7. Was ist denn das für eine Map? Ist jetzt voll, nee, ist voll. Was ist denn das für eine Map? Wolle, aber groß. Ja, die ist auch geil. Ihr müsst in diese komischen... Nee, Dings. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich schmeiß gerade schnell meine ganzen Sachen weg und spende sie an arme Kinder nach Afrika. Kommt, ich bin tot. Hallo, das bringt nichts. Du musst liken. Du musst, naja, like, wenn du diesen Jungen retten willst. Okay, welche Arena bist du? Ist voll. Yolo. Game 7 ist voll. Ich werde aber gerne spectatern. Kannst du das? Boycraft ist gay. Nee, kann ich nicht. Dann spiele ich Arena 5. Die startet nämlich gerade. Oh, es geht direkt los. Oh, verdammt. Fick die Henne. Äh, Game startet mit 10. Ah! Oh. Race-Period. Puh. Uh. Oh, hier geht's rein. Wo hast du gesagt, soll ich reinlaufen? Oh. Oh, da ist eine Melone. Dann darf ich die abbauen. Ich glaube, die kann ich abbauen. Nee, kann ich nicht. Aber da ist eine Kiste. Das ist Sachen. Das ist schon mal sehr, sehr profitabel. Was ist denn das jetzt? Hier ist irgendwie so ein ganz, ganz tiefer Gang. Da ist noch eine Kiste. Ich habe diese Map bisher... Oh, ein Steinschwert. Bisher nur immer meine... Meine Routen. Meine Routen genommen. Die für mich gut waren. Also die ich mir vorher so ausgedacht hatte. Hä? Ha, hier ist ein Boot. Oh mein Gott. Das Boot fährt weg. Guck das mal an. Das ist ein Boot. Das ist ein Geisterboot. Aua! Hä? Oh Mann. Gerade als die Grace Parade... Ich hau so ein. Nichts passiert. Alter, ich glaube, ich habe neues Videomaterial für Galileo Mystery. Hier fliegt die ganze Zeit so ein Boot rum. Oh, mein Nacken. Ja, dein Nacken hat damit bestimmt auch was zu tun. Jetzt fliegt es hier hoch. Willst du mich verarschen? Hallo. Oh, das Boot von Da Vinci. Hallo? Guck das mal an. Jetzt steckt es da oben drin. Ich habe Angst. Jetzt ist es auf mir drauf. Oh nein. Paranormal Activity 6. Paranormal Activity. Ein fliegendes Boot. Sehr Boot. Oh, es hakt, es hakt, es hakt. Hakt. Es hakt, es hakt immens. Hallo. Why is it so harking? Wie viel FPS habe ich? 15. Chillig. Wieso hakt das hier in dieser Umgebung? Mach Aufnahmen in 1. Ich möchte nicht, dass es hakt. Es hakt immer noch. Haken, 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 haken. Ja, ich hab was hab. Ah, okay. Super, mein Killer. Haken, 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 haken. Oh, es hakt nicht mehr. Oh, doch. Wieder. So, ach, ich weiß noch, als wir das hier so gespielt haben, haben den und ich so ganz viel rumgetrollt mit TNT. Und das war so alles noch voll im Gang und wir haben einfach überall TNT angebracht. Haken, 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 haken. ConCrafter antwortet nicht. Ja, ich weiß, ich bin ja auch gerade in Game. In Game. Hier ist ein Schwamm. Mohahahahaha. 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 Guck mal, das hakt voll bei mir. Das ist voll gay. Jetzt ist ja ein Boot. Ja, bei mir war das auch ein Boot. 16 FPS und ich weiß nicht, woran das liegt. Warte, nicht, dass meine Festplatte gleich wieder voll ist. 173 Gigabyte frei. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Alter, das hakt schon. Der war doch auch YouTuber. Was? Was, meine Mutter? SuprimeFX war doch auch YouTuber, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Wenn ich das nicht gerade irgendwie verwechsel. Da ist einer einfach nur red auf dem Server. Mann, wieso hakt denn das Dings hier so? Oder liegt das wirklich daran, dass die Festplatte langsam... Alter, hier sind richtig geile Sachen überall drin. Die sind alle gar nicht voll. Oh, ich kann mir ein Eisenschwert machen. Ich muss nur irgendwie zum Spawn zurück. Warte mal, ich schaue nochmal auf die Festplatte. Immer noch 172. Na, ich hab da einfach hier so ein Dings nebenbei immer so ein bisschen offen. Jetzt ist das ein Minecraft. Ja, das ist total komisch, ne? Da ist der Spawn, da muss ich irgendwie hin. Ungeschmied mit Compton. Compton. Okay, meine lieben Zuschauer, sehr verehrte Damen und Herren, ich entschuldige diese Unannehmlichkeiten. Normalerweise ist es nicht so am Ruckeln. Na, das ist einfach eine schlechte Kritik. Ja, ist aber echt so. Der ist wirklich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Deswegen bekomme ich ja auch bald der neun. Ey, Ungespielt ist da. Ungespielt ist da. Hallo, Ungespielt. Hallo, YouTube. Ungespielt, oder? Bist du drauf? Ah, crap. Cool. Nur weil ich jetzt mit dem hier in Skype den gesagt habe, oder wie? Jetzt ist das ein Tittenfisch! Ich glaube, wenn ich nicht vergesse, mache ich das Intro so erstmal. Das ist ein Minecraft. Das ist ein Boot. Das ist ein Fettnfisch! Na, ich werde es so oder so vergessen. Jetzt, ey, das ist Concrafter! What the fuck? Was ist los? Äh, du stehst grad vor mir. Was? Ja, hier steht, äh, dein Skin, Concrafter, ja. Ich bin aber grad in der Map. Oh, da hat sich irgendeiner, bestimmt hat sich Ungespielt Concrafter genannt. So ein Witzbold. Faker Alarm. Wo ist S hin? Was für S? Oh, jetzt hab ich Hunger auf Essen. Irgendwas, was ist denn das hier? Martin, wo bist du? Leon Play Games. Hör auf, mich zu stalken! Ja, bei Instagram geht das ganz einfach. Nein, hä? Hä? Nein, dieser Leon Play, der verfolgt mich die ganze Zeit. Ach so. Ich nenn mich jetzt, weißt was? Concrafter, kannst du meinen Kanal vorbeischauen. Nee. Schreibt man Ungespielt klein oder groß? Con is off, yo. Ungespielt schreibt man alles klein. Ungespielt. Mann, ich glaub ich bring mich extra um. Hier ist ja gar keiner auf der Map. Toralalalalalalala. Ohohohohoentuch. Ohohohohoentuch ecohohohoho. 170 GB frei, ok, das lag wirklich nicht am Speicherplatz .. Weil, äh, take Dxtory verwendet so was von viel Speicherplatz und da kann ich Fraps wirklich einfach nur empfehlen, die verbrauchen nämlich fast enormucky. einen Speicherplatz. Also natürlich schon, aber nicht so viel. Alter, die ganzen Kisten hier sind ja noch voll. Das ist ja mal richtig krass. Und jetzt die da hinten mischen auch noch voll. Jetzt hakt sie wieder so ein bisschen. Ne, warte. Ne, doch, hier war die. Ja, ist auch noch voll. Ich brauch davon aber nix. Ich schmeiß jetzt einfach mal so ein paar Sachen hin. Diese ganzen Holzschwerter brauche ich nicht. Ich hab ein Eisenschwert. Bögen brauche ich auch nicht. Diese Rüstung auch nicht. So, Pfeile, Fische. Das ist alles schlechtes Essen. Die brauche ich auch nicht, die scheiß Schüsseln. Hier noch was zu essen. Da hab ich das Eisenschwert dann direkt. Und den Bogen auf der anderen Seite. Das brauche ich auch nicht. Das kann ich noch nehmen. So, mich kann eigentlich niemand ficken. Ah! Warte, ich creere das. Bitte sag es mir. Bin dein größter Fan. Ich weiß doch nicht mal, was. Ne, die ist leer. Und es ruckelt wieder. Yay! Da hinten ist aber auch niemand. Ich werde jetzt einfach mal so spielen. Ohne Fadenkreuz und alles. Oh! Jetzt verkam mir gerade ein Blitz und ich hab's nicht gesehen. So, ich schau jetzt einfach hierher und warte, bis hier irgendwo ein Blitz kommt. Din, 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 din. Hallo. Hallo, danke. Mann, ich glaub, ich lief die Arena. Das ist bescheuert. Es hakt. Es hakt. Es hakt, es hakt, es hakt, es hakt. Minecraft hat sich bei mir beendet. Ich weiß nicht warum. Ich würde einfach sagen, ich mach ganz kurz einen kleinen Stopp und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück. Wir hatten gerade technische Schwierigkeiten. Mein Minecraft war irgendwie gay. Wo bist du, Martin? Ich sitze in einem Lava-Becken. Du hast in Arena 9. Ah, ne, die ist fast voll. Dann lass da nicht rein. Du hast in Arena 7. Ja, kann ich nicht. Ich sterbe irgendwie nicht. Arena 8. Hä? Ja, dann macht Slash, H, G, Leerzeichen, Leaf. Kann ich nicht. Ich bin im ganz normalen Dingsbums. Hä? Mach Slash. Ey, hier ist ungespielt. Mach Slash, Spawn. Wo bist denn du? Oh, H, Earthbeck. Slash, Spawn. Ich weiß nicht, wo, wo, wo ist denn das, äh, Dingsbecken? Ah. Wo bist du? Ungespielt mit Nautam, Conqueror L.P. Geil, sagst du denn? Ja. Conqueror L.P., wie geil das macht denn? Hier, ich bin der geile Hengst. Da ist ungespielt. Warte, wir gehen einfach ungespielt hinterher. Hier bin ich doch schon. Da, Elka, ich bin hinter dir. Was hast denn du da, wenn er sich ins geht? Ich bin jetzt U. Ja, bei mir hast du Konkrafter. Ja, deswegen, ich bin jetzt Konkrafter. Ich will nur das ungespielt, mich sieht. Ey, Bullard, Mann. Nein. Na? Na, Simon. Na, geht. Ich lasse euch zwei Mal an. Da hat keiner Holt, Mann. Da hat keiner Holt, Mann. Martin, wo bist du? Er hat keiner Holt, Mann. Martin, wo bist du? Ich bin hier hinten. Ich gehe SGJoin8. SGJoin8. Der ist da eh nicht drin. Was haben uns alle nur vor... Alter, die Map ist geil. Die Map ist derbe geil. Das ist Black Ops. Ja, das ist ja auch ein Hunger Games Server, glaube ich. Äh. Wie ein Call-of-Duty-Server. Wieso kann ich mich nicht mehr umbenennen? Weiß ich nicht. Mist. Game already starting. Martin, machen wir Team. Ja, okay. Wo bist denn du? Ich weiß nicht. Ich schau auf meinen Dings. Wo ich bin. Ich glaub, du bist bei mir in der Nähe. Ungespielt ist drauf. The Prime of X ist drauf. Und ja, das war's. The Prime of X ist drauf. I got F4. Nordop muss ich noch rächen. Für was denn? Weiß ich nicht. Ich muss mich bei Nordop rächen. Für seinen Kill an mich bei, äh... Hunger Games. Ja. Was geht ab? Oh. Na, was geht hier, Opfers? Alles frech. Holgera, nimmst du gerade auf. Nein. Ne, ich bin einfach so acht Stunden am Stück auf hier so einem Server. Äh, ich hoffe jetzt mal einfach, dass da eine Kiste ist. Nein, ist nicht falsch gehoopt. Oh, ist doch richtig gehoopt. Ich hab Sachen. Ich auch. Okay, Martin, wo bist du? Äh, beim... Weiß ich, warte. Oh, hier ist... Wow. Was denkst du? Beim Pool. Beim Pool. Beim Basketballfeld. Okay, warte, ich komm. Ich bin jeden Moment da. Ich komme, Martin, ich komme. Ja, ich seh dich. Concrafter. Hi, komm, wir laufen irgendwo hin. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich heiße LK, du heißt Conqueror-LP. Das heißt... Heißt du Concrafter? Oh, ja, oh, dann heiße ich Concrafter. Das ist doppelt blöd. Egal. Das ist einfach ungespielt töten, wenn wir den sehen. Oh, der macht Team jetzt zu Prime bestimmt. Ich hab aber fast gar keine Rüstung. Egal, wir, äh... Ich hau den kaputt. Aua! Wir kann das schon schlagen? Ich lauf einfach nur. Ich laufe. Ich hab ungespielt, glaub ich, getötet. Martin, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Nett sind ja die Leute, die einen dann extra nicht töten. Finde ich ja sehr nett. Ah, Mist, ich bin tot. Äh, ich nenn mich jetzt... D, D... Wie heißt du? Ja, Concrafter. Okay. Ich bin jetzt LK. Ah, ich bin tot. Du nennst dich LK? Ja. Nenn dich lieber ZK. Nenn mich GK. Nenn mich GK. Nein, man darf mich nicht töten. Äh, man darf mich nicht töten. Man, ich hasse diese Birk... Brugenschützen! Ah, ist einer ein Eisenschwert, ein Eisenschwert, ein Eisenschwert, ein Eisenschwert. Ah, ich hab mal Eisenschwert. Haha. Oha, du bist voll gut. So. Eisenschwert. 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 Herr, Herr. Eis, 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 Eisenschwert. Jetzt kann mich niemand mehr besiegen. Haha, die sind schon tot. Ungespült und... Z-Prime-F-X. Ich bin auch tot. Ja, warte, ich... Den nehm ich noch eben. Mach einfach, äh... Oh, mein Po tut schon wieder weh, ey. Wollen wir uns so sitzen? Alter, ich kann nicht mehr schlagen. Hä? Was war das denn? Cool Crafter died. Hey, ich konnte nicht mehr schlagen. Wo ist der Affe hin? Haha, du hast Pfeile in deinem scheiß Körper. In meinem Scheiß... Stylisch. Halo, Death is No, ey, von Louis Vuitton. Ach so. In welchen Raum geht dir? Ich hab's jetzt schon gespielt. Wie? Schon gespielt, nicht ungespielt. Bist denn du? Ich bin... Okay. Ja, da bist du ja. GK. Und da hast du Desert Fire. Guck mal, dort ist ein Offizier. Der Creeper King. Kein Offizier. Game starting in 3, 2, 3. Martin, machen wir Team? Nein. Pfft, noch nicht. Ja toll, ich lauf zu seiner Kitz, was ist drin? 3 rohes Hühnchen. Tut Hofmann, bei dir waren richtig geile Sachen drin. Knack, 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 knack. Der hat einen coolen Scan. MG7 Power. Hä? Die Kiste hab ich doch grad offen gemacht. Wieso hat der, der sich nur so ne Hose rausgekriegt bekommen? Yolo. Man kann immer noch nicht hauen. Was ist denn das hier, ey? So, ich glaub ich, ich glaub ich, es geht hier im Moment los. Was schreiben die alle in den Nord-Op? Der ist doch gar nicht hier, oder? Ich glaub, da hat sich einfach nur einer in den Nord-Op umbenannt. Sterb! Du auch! So. Wieder ein paar Leute gekillt. So, ich nimm jetzt mal einfach das. Jo, jetzt erstmal schön was essen. So, kommt da nochmal irgendeiner zu mir? Da hinten steht einer rum. Ich glaub, der chillte einfach sein Leben. Ach, das ist GK! Oh, ich hab nur einen Pfeil! Für Sparta! Nein! Fick dich! Nein, ich bin tot! Martin, wo gehen wir rauf? Ah, da ist Gisela 65! Äh, wo gehen wir hin? Ich heiße ja jetzt Ursula 31! Ähm, wir gehen auf... Warte! Äh, neun, 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 neun! Martin, komm auf neun! Schnell! Sag, wenn du drauf bist! Du kannst doch Slash, SG, Lehrzeichen, joinen, Lehrzeichen, neun machen! Ursula 31! Ja, und Osama Bin Laden! Ja, ey, wir sind die einzigen, das ist doch scheiße! Ey, das ist voll geil, wir kriegen wenigstens Kisten! Ich seh dich nicht! WTF, du bist unsichtbar bei mir! Ja, 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 ja! Na, du? Du bist Osama Bin Laden! Ja! Ach so! Hi, was geht? Oh, da... Hi, ich bin freundlich, ne? Ja, das war die Maren! Hier, ich krieg's ne Kappe von mir! Oh, die ist da gefallen! Hier, Martin, eine Kappe als Zeichen meiner Dankbarkeit! Oh! Du erhältst einen Diamanten! Web-Switch! Oh! Web-Switch, ey! Web-Switch, Swiss-XD, ey! Hups, hups! Kann man schon hauen? Hups, hups! Ich weiß nicht, ich will es nicht testen! Nein! Wir haben uns beide wieder zurückgekickt! Du, ah! Lumpen! Ja! Ah! Das war somit das epischste Battle! Lass nochmal, Arena 9! Alter, die ist schon voll! Oder fast! Ne, komm, 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 Martin! Hupen! Echt? Hi Osama! Hoos Gitte! Ciao! wo bist du nach dahinten da ist sofort einer runtergefallen ich hab gar nichts ich werde mich aber auch nicht sofort wie deine mitte stellen hier ist Iron Man ich habe gewonnen und bin dabei auch runtergefallen das ist erstmal dass diese runde da gewonnen hat ich bin hinter Leo warte mal wie lange war eigentlich unsere erste Aufnahme die war eine Minute sechs äh eine Stunde sechs wenn die eine Stunde sechs war dann müssen wir jetzt um die 80 Minuten zu toppen auf 90 müssen wir 25 Minuten aufnehmen das heißt jetzt noch 12 Minuten du bist in was in 9 ja 9 ist das beste Map wo ist Ursula ey Ursula komm mal her ah da bist du Ursula Ursula komm mal her hallo da ist Eisamer tot ne doch nicht da ist Gisela 65 und Ursula 31 auf einer Map ich hab nix was geht schon los hä ich hab gar nix ich hab gar nix nein ich bin runtergefallen ich chill mich jetzt auch einfach hier hin und chill hm hi Szyknovski komm schlagt euch immer alle schön an ich steck euch Batsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsbatsb Schnell noch was essen Okay, wo waren wir hin? Oh, Summer Lass sie nicht auf 9 Lass sie auf 8 Ist voll Du bist voll Lass 4 Hey, da bist du Oh, schon wieder du Nein Na, Summer, hast du Lust, was mit der geilen Ursula zu machen? Nee, danke Weißt du was, ich glaube, ich springe da diesmal runter Was? Geht los, es geht los, es geht los, es geht los Jolo Ich drücke alle Tasten falsch Jolo Bin sogar noch nicht zu spät Ich weiß nicht, wo hier Kisten, ah, ich bin irgendwo runtergefallen Wo geht's lang, wo geht's lang, wo geht's lang, wo sind Kisten, Kisten, Kisten Du musst noch irgendwo Kisten geben Wüsst ihr die Fernsehsendungen des Proletariats hier rosten? Verstehe ich nicht Was? Weiß ich nicht Wer hat das geschrieben? Weiß ich nicht, wer hat ein YouTuber Ja, DSDS Halt DSDS Supertalent Er läuft DSDS Ich weiß nicht Ich weiß, dass das Dschungelcamp läuft Das ist genau so eine Scheiß, wo man für Leute anrufen muss Als wären das solche materialistischen Keine Ahnung Ja, das ist voll cool, ja Die laufen mit einem T-Shirt rum, wo eine Nummer hinten draufsteht Ja, ruf für mich an Jetzt werden die so ein So ein Wow Hör, da hinten ist einer Den kann ich umbringen Eventuell, außer er hat jetzt ein Schwert Hat er nicht, aber er hat einen Anzug Und Diamantschuhe, glaube ich Okay, er hat ein Schwert Gar nicht gut Gar nicht YOLO Okay, er läuft mal nicht hinterher Das ist gut Ich habe schon zwei Leute getötet That's good Double kill, Bitch Bitch, mach ein Foto Nee, mein Name ist YOLO Grace Period has ended Wir haben uns doch vorhin schon da geschlagen Hä? Bitch, mach ein Foto Der Frage ist Wo bin ich? Den Frage ist Oder was ist auch eine Kiste? Ah, jetzt hakt das hier wieder so Genau immer auf dieser Map An dieser Stelle An welcher Stelle? Da kann ich vorbeigucken Hakt das bei mir da auch? Hinten, wer ist heraus? Nein Ich glaube jetzt einfach zu denen da hinten dahin Und lass mich von denen irgendwie umbringen oder so Oder versuch da mitzuhalten Eisenbrustpanzer ist besser, ne? Ja klar Das Beste, wo gibt es Nach Diamant Vor Diamant, meinst du? Also erst kommt Eisen Dann kommt Diamant Nein Nach Diamant Achso, okay Diamant ist besser Diamant ist in allem Beste Oh Kannst ja auch einen Diamantbogen machen Wenn du Diamant in Lava wirfst Kriegst du einen Diamantbogen Ja? Ja Muss ich gleich mal machen Wow, bei mir leckt es jetzt auch Mega hell leck Egal, YOLO Ich hab krasses Standbild, ey Ähm Standbild? Weil ich grad bei Skype angerufen werde Aber ich bin doch auf Jesus Setzt Martin, denk dir einfach YOLO Live Statement Kacke Nein, ich hab kurz aufs Geld zu sprinten Nein, er hat so einen großen Vorsprung Dieser Vorsprung ist zu groß Das ist jetzt einfach nur ein Battle sein Wer am Anfang mehr gegessen hat Und länger sprinten kann Oh Mann, ey Mann, wird das bei mir nicht so haken Könnte ich da eventuell noch mithalten Ne, wenn er jetzt die ganze Zeit rumläuft Komm ich einfach mal von der anderen Seite Ich kämpfe Ich kämpfe jetzt Ah YOLO, ich kämpfe Hallo? Wo ist der? Da hinten Kacke Ja, wird tot Toll Und es ruckelt Es ruckelt Wieso sind hier WTF? Was ist da los? Nordop fliegt rum Achso, der ist Der ist Admin hier Deswegen Ja, was ist denn da? Keine Ahnung Hier ist einfach nur irgend so ein Loch Und da hüpfen alle drin rum Ich mach jetzt so einfach mal ein Foto Das ist doch schön Ganz viele Leute Auf einen Punkt Jo So, ich würd sagen Ich spiel jetzt noch auf Animap Wir müssen aber Animap noch zusammen Ja Wo bist du denn? Ich bin noch am Leben Oh ja, bei mir hakt es hier Aber Du warst beim Flugzeug Wo es so hakt, ne? Oder wo? Ja, 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 genau Ja, da hakt es bei mir ebenfalls Kommen sieben Sieben ist die große Wallmap Ich bin grad noch am Spielen Mach leave Nein, ich bin voll gut gerade Ich hab schon Doublekill Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Okay Ich bin Batman Nicht du Ich bin Batman Ist ja gut Oh, hier geht's rein Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich hab gepupst Ich bin Batman Ich hab gepupst Ich bin Batman Ich bin Batman Da ist ein Urlaub in mir drin, was will der denn? Weg da! Weg! Yono, der schmeißt mir Diamantschwer zu Das ist aber nicht fair Doch, das ist total fair Nein, die Sachen sind alle weg, außer die Diamanthose, die hab ich noch Hä, was ist denn das hier? Geil Martin, hast du schon wieder gefurzt? Nein Ach, Quatsch Hä? Doch, geile Sau Ja, der hat mir so eine Diamantdose gegeben Schreibt man aber anders Du, nicht doch Hä, wo komm ich denn hier raus? Ich bin in so einem komischen Pinken, nein, Orangen, jetzt bin ich schon vorhaben blind Orangenen Wald Boah, Alter, sind die Sachen hier laut Ich mach wieder eine richtig, richtig volle Runde Hä Hä, wo bin ich denn hier reingekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Nenn du Ah, hier Martin, Yolo Nein, holt mich, holt mich Nein, holt mich Holt mich Holt mich Morgen wieder? Ja Ja So, ich chill erstmal so ein bisschen, es mir so Keks und alles Oh, Junge Ey, hier ist ein kleiner Computer Cool Ja, ich hab ihn gekriegt Ah, sag mir die Sachen Nein, bleib stehen Tot Was soll ein Zug sein? Hm So, wer will denn noch sterben? Oha, Luca, du rastest ja aus, ey Ich geh voll ab Also diese Wollmitte ist echt besser als die anderen alle Boah, ich hab so viel Fleisch So, los, letzte Runde, die will ich jetzt gewinnen Ich strenge mich an Was wird? Wow Was ist los? Ja, war immer ein Blitz, ich hab mich voll erschrocken, ey So, wenn der Typ jetzt hier oben ist, kill ich ihn Okay, gekillt Ah, sehr schön, sehr schön So, jetzt noch erstmal schön was essen und danach finaler Fight Es leben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, das heißt 5, die ich töten muss 12 Martin, kannst du ja nächstes Mal auch mit aufnehmen Du musst ja nicht zu mir fahren, du kannst ja theoretisch auch bei dir zuhause zocken, oder? Mit dem Mikro geht's jetzt Ja Ja Ja, aber ich kann doch nicht rendern, sagst du Ja, aber dann musst du nicht immer hier hinkommen, wenn wir Hunger Games Special machen Kommt nur noch zu Special Terminen Wo sind denn alle? Boah Boah Ui Wie hast du diese Leute, die sich mit Bögen auskennen? Die dir das so gut können Hä, wo geht's denn jetzt hier? Das sind die einzigen Skiller hier Oh oh Es hakt, es hakt, es hakt, es hakt, es hakt Oh, ich hab ihn getötet, geil Wird zwar derbe gehackt, aber ich hab ihn getötet, das ist das Wichtigste Da sind Eisenschuhe dabei, die will ich haben Wo geht das hier runter? Hm Vielleicht muss ich erst hoch Ich hab jetzt eigentlich sehr geile Sachen, mich kann jetzt fast gar keiner mehr töten Noch zwei Leute Hä Das wird ein genialer Kampf werden Mein komplettes Inventar ist voll mit irgendwelchen geilen Sachen Da hinten ist der letzte Epischer Fight gewonnen, sehr einfach Ähm So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dieser Folge Hunger Games, wir sind bei genau 90 Minuten beziehungsweise mehr Danke an, äh, Lukas Podolski dafür, dass er mitgemacht hat Ja, kein Ding Ich bin eben von London hier rüber geflogen und so Ah, hier geht's runter Ich stecke links fest Ich bagge oben her So, Freunde, ich würde sagen, wenn ihr das Video geil findet, dürft ihr es natürlich bewerten mit einem Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, mit einem Daumen runter Wenn es euch nicht gefallen hat, dann, wie immer, wenn ihr jetzt noch dabei seid, einfach Yolo Swag zusammen in die Kommentare schreiben Und Martin ist geil, ich liebe ihn so sehr Und, ähm, dann, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal Martin, dir gebe ich jetzt nur die letzten Worte Ich finde den Typ nicht auf der Map Mich verfolgen wieder alle Geht weg! Geht beeeeg! Oh, ich fall aus der Map, oh, cool, ich kann ja hier rausfallen Hey, hi So, ob's geht, ist klar Spät So, und mit diesem tollen Abstoßbildschirm sage ich jetzt mal Tschüß! Ciao